Perleberg. Auch in diesem Jahr können Interessierte ihre Schilddrüse im Kreiskrankenhaus Prignitz untersuchen lassen. Innerhalb der zweiten Perleberger Schilddrüsenwoche vom 24. bis 28. April gibt es täglich in der Zeit von 16 bis 18 Uhr eine kostenlose Sprechstunde bei Dr. Adam Ballock, Chefarzt der Klinik für Allgemein Visceral- und Gefäßchirurgie. Bereits am 19. April sind Interessierte zudem um 15 Uhr in die Cafeteria des Kreiskrankenhauses eingeladen. Zu den Themen Nicht jede kranke Schilddrüse muss operiert werden und Auswirkungen der Schilddrüse auf die Stimmungslage referiert Andres Neuhaus, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie.